Was ist euer Lieblingsessen? Keine Ahnung. Keins? Auch keine Ahnung. Okay, findet ihr das Essen in der Kinderschaft billig oder eher teuer? Billig. Billig. Okay, und schmeckt euch das Essen für den Preis? Ja. Ja. Findet ihr das Essen in der Bäckerei teuer oder billig? Naja, verschieden. Ein paar Sachen von schon teuer und ein paar Sachen von aber schon wenig. Also billig. Und du? Ich finde manche Sachen ziemlich teuer und manche sind eigentlich recht billig. Und findet ihr generell die Sachen, das Essen teuer oder billig in der Kinderschaft? Mit Restaurant, Milchbar und Beachbar? Teuer. Ja, also ich finde das eine Frechheit in dem Restaurant, dass man für so einen kleinen Mini-Burger, das eigentlich gar kein Burger ist, 10 Salettis haben, also hergeben muss. Findest du das Essen hier in der Kinderschaft eher billig oder teuer? Ich finde es eher teuer eigentlich. Und findest du, dass das Brot in der Bäckerei, zum Beispiel drei Saletti für ein kleines Brot, billig oder teuer ist? Ich weiß jetzt nicht, wie klein die Brötchen ungefähr sind. Kann man das beschreiben? Also sie sind ungefähr so groß wie das Glas, halt nicht wie das ganze Glas, aber ja. Und drei Saletti dafür, kann man mal machen. Wenn man eher weniger Geld hat, dann würde ich abraten, aber wenn man mehr Geld hat, kann man sich das schon mal gönnen. Was ist dein Lieblingsessen? Schnitzel. Und findest du, dass die Preise hier in der Kinderschaft fürs Essen eher billig oder teuer sind? Also es wechselt die ganze Zeit, also oft im Restaurant ist es sehr teuer, aber manchmal ist es auch ziemlich billig. Man kann es eigentlich oft unterscheiden, aber es ist oft sehr überteuert. Und findest du, dass das Essen für seinen Preis eher gut oder schlecht schmeckt? Das wechselt dann auch wieder, aber oft schmeckt es ziemlich gut. Findest du das Essen in der Kinderstadt billig oder teuer? Teuer eigentlich, ja. Und findest du, dass die Sachen gut schmecken für den Preis, wie zum Beispiel so ein kleines Brot, drei Saletti, findest du gut oder schlecht? Gut, ja, also wenn man es dann gekauft hat, denkt man sich, der Preis war es wert. Weil es schmeckt schon sehr gut. Und würdest du nochmal hier essen gehen? Ja, ich habe jetzt gerade ein Eis gekauft und habe mir zuerst noch ein Brot gekauft. Und ja. Findest du das Eis teuer? Ja, eigentlich schon, aber es schmeckt dafür auch voll gut. Okay, danke. Yeah! Okay, danke. Okay, danke. Okay, danke. Okay, danke. Okay, danke. Bis zum nächsten Mal.